Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin-Update-Video. Ja, der Wunsch war groß, beziehungsweise war jetzt auch oft in den Videos immer mal unter den Kommentaren gestanden. Hey Manu, bring doch mal wieder ein Altcoin-Update. Es ist jetzt, glaube ich, schon wieder über einen Monat her und jetzt ist Dezember, also wird es auch Zeit. Ich habe gesagt, einmal im Monat mache ich das. Einfach mal, um zu gucken, was ist aus unseren Nachkauf-Leveln geworden, welche Level können wir auch beachten zum Verkaufen. Da gehe ich zwar ab und zu immer mal in den Videos drauf ein, aber trotzdem heute mal ein bisschen ausführlicher. Doch bevor wir starten, lasst dem Video auch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gerne einen Kommentar unten reinschreiben. Wenn ihr noch irgendwelche Altcoin-Update habt, die ich jetzt vielleicht nicht, sag ich mal, rausgepickt habe, dann hauen wir die gerne in die Videos. Und wer noch nicht in der Telegram-Gruppe ist, kommt gerne rein, kostenlose Signal-Gruppe, kostenlose Talk-Gruppe, würde ich mich riesig drüber freuen. Und jetzt starten wir mit Ethereum. Ethereum weiterhin auf dem normalen Chart in einem Downtrend. Also wir switchen hier immer mal ab und zu zwischen normalen Chart und Locked Chart, das werde ich aber dazu sagen, weil teilweise der Locked Chart doch ein bisschen mehr Aussagekraft hat für mich. Also was zumindest, ich sage jetzt mal so Falling-Wedge-Chart-Pattern angibt oder Downtrends oder so. Aber wie gesagt, das werde ich dazu immer ein bisschen noch dazu sagen. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier Ethereum von unserem All-Time-High weiterhin in unserem Downtrend. Und wir haben ja schon drüber mal gesprochen, okay, ich habe damals gesagt, hier wo unsere 200er SMA ist, das ist natürlich auch auf dem Daily-Chart hier ein enormer Widerstand. Nicht nur auf dem 4-Stunden-Chart, auch auf dem Daily-Chart müssen wir den im Auge behalten. Also 200er SMA, 200er EMA. Und da habe ich damals hier oben gesagt, wo wir genau an dieser Grenze waren, bei 1600 US-Dollar circa, ich verkaufe meine Ethereum-Gewinne, die wir hier unten in dieser grünen Box bei ungefähr 1100 US-Dollar damals hier drüben gekauft haben, habe ich die ersten Profite rausgenommen. Die habe ich dann wieder zurückgekauft, hier unten in dieser Box, wo wir eben genau wieder da drin waren, wo wir unsere ersten Käufe getätigt haben. Und dabei ist es auch jetzt. Das heißt, ich habe meine kompletten Gewinne, die ich gemacht habe, wieder unten reinvestiert. Und so kann man auch gut Spot-Käufe, sage ich mal wieder, sage ich mal ein bisschen Gewinne immer rausschöpfen. Also man sollte nicht unbedingt immer hoffen, dass es genau 100% ist, wenn man merkt, okay, hier ist ein extremer Widerstand. Und den hatten wir hier eben bei Ethereum. Klar und deutlich. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir aufgrund so einem hohen RSI mit einer Daily Bearish Divergence hier dann eine komplette grüne Candle hier nach oben hinkriegen. Das war einfach der Grund. Und seitdem hat sich auch wenig geändert. Wir haben weiterhin die gleichen Nachkaufzonen in diesem Bereich hier unten, die 1101 bis ungefähr 1013. Das heißt, ich gehe hier immer mit drei Orders rein. Eine minimal davor, eine in der Mitte und eine ziemlich am unteren Rand der Box. Und der zweite Nachkaufbereich wäre hier bei ungefähr 890 bis ungefähr 858 US-Dollar. Die Nachkaufzonen kennt ihr aus den alten Altcoin-Update-Videos. Die haben sich auch weiterhin gehalten. Und wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen den Chart angucken, vor allem auf dem Daily Chart, seht ihr hier drüben, haben wir noch ziemlich hier einen roten, ich sage jetzt einfach mal roten Dildo hier rumliegen. Der minimal abgefischt wurde, zumindest auf manchen Börsen und auf manchen Börsen eben nicht. Das ist dann immer noch dieses Risiko, dass wir uns diese Liquidität, die hier unten liegt, immer nochmal holen. Also das heißt nicht, dass wir jetzt hier in den nächsten Wochen komplett Breakout nach oben hin sehen. Ich gehe generell, um das mal zusammenzufassen, immer nochmal potenziell von einem Lower Low aus, solange wir hier nicht eben diese Downtrend-Linie endgültig brechen. Und wir haben ja hier schon die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen. Wir haben hier Probleme, eben dieses Higher High auf ungefähr 1300 US-Dollar zu bilden. Immer wieder diese Wigs, aber das nützt uns im Endeffekt nichts, solange wir kein Higher High mit Daily Close haben. Und das sind jetzt erstmal so die Nachkaufzonen. Wie gesagt, ein Lower Low ist noch drin. Das würde dann nochmal bedeuten, nochmal in diese Nachkaufbox reinzukommen. Und das war es jetzt eigentlich zu Ethereum. Fangen wir mal an oder gehen wir mal weiter zu XRP. Hier befinden wir uns, das wollte ich nicht, aber das können wir gleich wegmachen. Hier befinden wir uns weiterhin in unserer Akkumulationsphase. Also das können wir kurz und knapp machen. Die Akkumulationsphase kennt ihr aus den letzten Altcoin-Update-Videos. Wir haben abnehmendes Volumen. Also auch hier bestünde noch die Chance, dass wir uns den Bereich um 0,31,74 auf jeden Fall nochmal holen. Ist aber weiterhin in unserer Box. Das heißt, das ist unsere Akkumulationsbox. Wir haben hier gekauft, wir haben in der Mitte gekauft und hier unten. Momentan noch keine Profite genommen. Hätten wir vielleicht hier oben nehmen sollen, aber da habe ich eher auf die Ineffizienz hier oben noch geschielt. Bei ungefähr 0,56 US-Dollar Cent. Aber gut, man kann nicht alles mitnehmen. Wie gesagt, weiterhin Akkumulationsphase. Dann, Polkadot. Hier geht es jetzt mal in den Lockchart. Und warum? Mal ganz kurz der Vergleich. Ihr seht hier, wie das aussieht, wenn man ein normales Falling-Redge hier zeichnen will auf einem normalen Chart. Jetzt gehen wir mal in den Lockchart. Erstmal ein bisschen verwirrend, aber wenn wir das so auseinanderziehen, haben wir ein deutlich klareres Bild. Und das gefällt mir auch viel, viel besser. Jetzt versteht ihr auch, was ich gemeint habe. Ab und zu Lockchart, manchmal normaler Chart. Und da haben wir ein perfektes Falling-Redge. Und wir sind hier weiterhin in unserer Akkumulationsbox zwischen 4,94 Dollar und ungefähr 5,47 Dollar. Also jetzt minimal drüber. Aber das ist unsere Akkumulationsbox. Die kennt ihr auch aus den alten Altcoin-Update-Videos. Also jeder, der hier akkumuliert hat, momentan ziemlich break-even. Unsere nächste Nachkaufbox wäre dann erst hier unten bei den 4 Dollar. Und das glaube ich momentan zumindest nicht, dass wir die brechen. Denn wir kämpfen hier schon mehrmals. Wir hatten schon einen WIG hier oben. Dann den zweiten. Den dritten, wo wir so ein Fake-Out hatten. Und jetzt sind wir schon wieder hier eben, wenn wir mal ein bisschen ranzoomen, an unserem Widerstand. Klar, Aeros Eye hat noch Luft. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ihr erinnert euch gerade an Ethereum, wo wir eben eine Bearish Divergence hatten auf dem Daily. Hier noch nicht. Und der 200er SMA ist noch meilenweit entfernt. Der liegt hier bei 7,24 Dollar. So, kriegen wir jetzt das Break-Out. Wäre es auf jeden Fall sinnvoll, dass wir ungefähr in diese Box hier oben bei ungefähr 6 Dollar gehen. Das ist unsere ehemalige Support-Box, die dann hier Widerstand werden würde. Dann ein bisschen ein Retest hier runter. Also nochmal ein Rücksetzer, ein bisschen Akkumulation. Und dann in Richtung 200er Tageslinie auf dem SMA bis ungefähr 7,25. Und das ist auch unser erster Take-Profit. Das zeige ich mir noch dazu. Erster TP für Spot. Dort werde ich die ersten, ich sage jetzt mal 15 bis 20 Prozent rausnehmen. Kriegen wir dann Rücksetzer. Dann mal gucken, ob hier die Zone bei ungefähr 6 Dollar hält. Das wäre dann unser erstes Nachkauf-Level von den Profiten. Das heißt, ich werde von meiner 100-Prozent-Marke, die ich bis jetzt in DOT drin habe, hier oben dann die Gewinne abschöpfen. Und unten dann wieder ein Teil reinvestieren. Und genau, so ist dann im Endeffekt der Plan. Aber hier oben, das ist die Linie, wo wir dann ungefähr bei, ich sage jetzt nochmal 7 Dollar bis 7,20 Dollar unsere ersten Take-Profits nehmen würden. Also DOT gefällt mir relativ gut. Hier nochmal ein ganzer kurzer Blick aufs Volumen. Der Bereich um 5 Dollar ist nochmal möglich. Also das heißt, ein 10% Dump ist auch hier nochmal im Bereich des Möglichen. Aber wie gesagt, ich gehe auch bei Bitcoin möglicherweise nochmal vom Lower Low aus. Das würde dann auch bei Polkadot hier diesen Bereich nochmal treffen von 4,90 Dollar bis ungefähr 5 Dollar. Also alles weiterhin im Rahmen. Wir sind weiterhin in unserem riesigen Falling Red Chart Pattern. Und diese Linie hier unten markiere ich mal blau an. Das ist unser Low. Das ist auf jeden Fall noch möglich, dass wir das nochmal akkumulieren. Wir haben hier Luft noch bis, ich sage jetzt mal bis Ende des Monats, um hier möglicherweise auszubrechen. Und ich habe ja schon in den letzten Videos immer wieder gesagt, viertes Quartal, oder ich sage das das ganze Jahr schon, viertes Quartal 2022 ist eine potenzielle Bodenbildung möglich. Nicht nur bei ALS, auch bei Bitcoin und so. Und momentan scheint es sich zumindest zu bestätigen, weil wir überall relativ einen guten Boden möglicherweise gebildet haben. Gut, dann schauen wir uns Matic an. Auch hier mal ganz kurz das Golden Pocket erstmal hier weg. Die ganzen news-technischen Sachen, die jetzt da zuletzt kamen. Einerseits mit Instagram. Es wird eine YouTube-Partnerschaft, sage ich mal, für möglich gehalten, die aber, glaube ich, noch nicht offiziell ist. Also ich habe da nichts mehr mitbekommen und momentan in einer riesigen Seitwärtsphase. Hier hatten wir einerseits die Nachkaufbox hier unten in dem Bereich der 0,39. Also jeder, der da gekauft hat, ist massiv im Plus. Und ich würde auch jedem raten, der hier unten gekauft hat, nehmt eure Profite raus. Also ich sage jetzt zumindest mal, ihr habt einen Einsatz von 100 Dollar als Beispiel. Ihr seid jetzt, wir gehen das mal ganz kurz durch, ihr seid von der Oberkante jetzt drin, bis jetzt sind es 130 Prozent. Nehmt einfach euren Einsatz raus. Ihr seid dann immer noch mit über 34 Prozent, sage ich jetzt mal, dann auf jeden Fall im Plus. Also was soll euch da noch passieren? Nehmt euren Einsatz raus, genießt die Profite und lasst das Ding jetzt den ganzen Run laufen. Ich kann es nicht mehr jucken. Ob das Ding tiefer fällt, kriegen wir nochmal einen enormen Dump. Also ganz ehrlich, dann hier runter in den Bereich der 4 Dollar Cent. Ich bezweifle es ganz ehrlich, aufgrund dieser ganzen Partnerschaften, die hier sind. Und da tut sich auch vieles. Aber momentan ist es für mich eine größere Akkumulationsbox zwischen 0,62 und 1,08 Dollar. Die nutze ich auch teilweise noch, aber wie gesagt, jeder, der hier unten ist, nehmt eure Profite. Längerfristig haben wir dann auf jeden Fall die nächsten Widerstände in dem Bereich der 1,95. Und jetzt überlegt mal, wenn ihr hier unten eingestiegen seid, damals bei dem Altcoin-Video, bei, ich sage jetzt mal, lass es nur 40 Dollar Cent sein, sind es 5x nach oben. Also 500% plus, was wollt ihr mehr oder 400%, je nachdem. Muss ich gerade mal ausrechnen, bevor ich hier irgendeine Scheiße labere. Ja gut, 400% plus, 4x, genießt es einfach. Und dann hier oben würde ich dann einfach nochmal, keine Ahnung, nochmal 50% einfach rausnehmen. Und dann ist gut, dann habt ihr eure Profite, die könnt ihr dann wiederum in andere Altcoins, sage ich mal, übertragen, beziehungsweise neue, ohne Risks, dann sage ich mal, neu investieren. Also da, Matic, Glückwunsch, wer das alles mitgenommen hat. Wichtig auch hier, die 200er SMA-Linie wurde hier zweimal als Support bestätigt. Wir sind hier erst ein paar Mal rejected worden in einem Downtrend, dann bestätigt worden. Also für mich ist der Up-Trend hier ganz klar noch intakt. Und das Ziel ganz klar hier in Richtung 1,90 bis ungefähr 2 US-Dollar. Dann haben wir noch Cardano. Cardano, auch ein Coin, der sehr, sehr oft gewünscht wurde von euch. Und hier wurden bereits zwei Kaufzonen getroffen. Wir hatten einerseits hier diese Kaufbox, die zeichne ich jetzt nochmal so ein. Hier in diesem Bereich war die, glaube ich, bei 0,38 bis ungefähr 0,35 und die zweite Kaufzone hier unten bei 0,30. Und das ist momentan zumindest unser potenzieller Boden. Wir befinden uns auch hier im Lock-Chart in einem riesigen Falling-Wedge-Chart-Pattern und das gefällt mir richtig, richtig gut. Also wie gesagt, wir haben hier noch Luft. Hier überlege ich sogar noch einen kleinen Swing-Trade einzugehen. Also heißt mit Hebel so Zweier, Dreier Hebel und das auch nochmal ein bisschen mitzunehmen. 200er SMA verläuft hier relativ konstant nach unten. Also das heißt auch für uns, wenn hier ein Breakout stattfindet und ihr seid auch hier, müsstet ihr jetzt mittlerweile ziemlich break-even sein, wenn die zweite Kaufzone hier unten bei euch getriggert wurde. Volumen ist abnehmend, also Bodenbildung sieht sehr, sehr gut aus. Wäre jetzt erst einmal das erste Ziel hier oben, diese Oberkante von unserem Falling-Wedge bei ungefähr 0,37. Kriegen wir dann aufgrund eines positiven RSI, der, sage ich mal, noch nicht im überkauften Bereich ist, dann wäre sogar ein Breakout, sage ich mal, hier in diese Höhen von ungefähr 0,43 möglich. Ein Retest in die Box, nicht unbedingt aufs Falling-Wedge, weil damit triggerst du wieder einen Haufen Orders, die hier wahrscheinlich wieder auf den Retest warten. Eher dann so in diese grüne Box hier wieder gehen, ein bisschen Akkumulation und dann eben das Breakout nach vorne. Und das könnte alles, wie gesagt, im Januar passieren. Für das Quartal, ich habe es gesagt, mögliche Bodenbildung zeichnet sich auch hier bei Cardano absolut ab. Also auch hier befinden wir uns schön in unserem Falling-Wedge weiterhin. Nächste Nachkaufzone wäre dann hier unten erst in diesem Bereich um 0,18. Also sehe ich momentan, passiert kein Black Swan-Event oder Sonstiges, sehe ich das erst einmal nicht. Für mich aber hier schöne Akkumulation und mögliches Breakout-Potenzial ist hier auf jeden Fall vorhanden. Nochmal ein ganz kurzer Blick auf das Volumen, was wir hier liegen haben. Das Low wurde zwar mit hier einigermaßen Volumen-Candle gebildet auf dem Daily, aber auf den kleineren Timeframes habe ich es getestet, ist es nicht so viel. Und wir haben es auch schön hier, wir traden hier schön um dieses Falling-Wedge herum. Gefällt mir alles gut, das Tief wurde abgeholt, Volumen weniger gewesen. Also es sieht momentan relativ gut aus, dass wir hier möglicherweise schon den Boden erreicht haben und jetzt uns langsam aber sicher auf einen Breakout vorbereiten. Dann Kava. Kava auch so ein Coin, der sich aus der Community gewünscht hat, wo ich eigentlich sehr, sehr wenig drin bin. Was man hier sagen muss, ich habe jetzt mal hier so eine kleine Kaufbox gelegt, hat den Aspekt, wir hatten hier drüben ordentlich Support einmal, das muss nur ein bisschen angleiten. Hier Support, dann sind wir drunter gefallen, hatten hier Widerstand, aber die Box ist ziemlich, ziemlich groß, meines Erachtens nach. Was man auch dazu sagen muss, 200er SMA-Linie deutlich, deutlich weiter weg. Wir sind hier im Lock-Chart, im normalen Chart, bin ich jetzt aber auch nicht so der Fan, man kann es mal ganz kurz ziehen, huch, das wollte ich nicht, kurz die Linie mal ziehen. Und da sind wir auch noch meilenweit entfernt. Also hier wieder Lock-Chart gefällt mir nicht, dann lieber den normalen, ganz normalen Chart hier einfach zu benutzen. Wir hätten hier aufgrund auch des Volumens, das schauen wir uns gleich mal an hier im Daily-Chart, aufgrund dieser Volumen-Candles, die hier unten reingekommen sind, nochmal so einen kleinen Wig einfach in den Bereich der 0,79 ist nochmal möglich. Weil hier einfach sehr, sehr viel Akkumulation war, man sieht es am Volumen, den ganzen Downtrend hat es keinen gejuckt, jetzt wird hier massiv auf Binance akkumuliert und ihr wisst, auf Binance ist das Volumen deutlich, deutlich höher. Wir hatten es damals bei Bitcoin gesagt, wo Bitcoin bei 18, 19k war, da wurde mehr akkumuliert als den ganzen Bullrun vom Volumen her und das ist für mich kein gutes Zeichen. Das heißt, hier geht sehr, sehr viel Kohle rein und einfach nochmal dieser entscheidende Wig einfach nochmal unter dieses Tief ist auf jeden Fall im Bereich des möglichen 0,75 beziehungsweise bis 0,78 ist so eine Marke für einen möglichen Spot-Einstieg. Und dann, sage ich mal, die Gegenbewegung mindestens in dem Bereich der 1,31, weil wir eben hier diese Ineffizienz, das ist diese blaue Linie noch haben. Und ja, das wäre zumindest dann das erste Ziel. Wer da drin ist, besteht halt die Hoffnung, sobald wir hier wirklich mal einen Daily Close drüber sehen, über, warte, ich zeige euch das mal hier, über diese Box bei 0,98, das ist die Box, wenn wir da einen Daily Close drüber kriegen, ist es extrem bullish, weil dann kann es auch schon relativ flott in Richtung 1,31 gehen. Persönlich, wenn ich jetzt daran interessiert wäre und jetzt einsteigen würde, müssen wir mal gucken, müsst ihr auf jeden Fall noch einen 17% Risk einplanen. Wenn ihr aber auch hier in Tranchen reingeht, ihr seht ja hier diese Akkumulationsphase oder Seitwärtsphase, erinnert mich ziemlich stark an XRP damals. Das Risiko kann man hier meines Erachtens eingehen, auch wenn die Box noch nicht wirklich getroffen wurde. Aber ich würde mein Hauptaugenmerk persönlich, wenn ich da jetzt noch reingehen würde, auf die grüne Box legen und einfach hoffen, dass wir hier nochmal runterkommen. Ansonsten, klar, verpasst man einfach mal, wenn man jetzt einsteigt, sage ich mal einen 40% Move. Also das muss jeder selber wissen, bei Kava tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, habe ich auch lange überlegt, wie ich, oder ob ich das überhaupt ins Video reinbringe, weil persönlich kann es eine FOMO-Entscheidung sein, weil die grüne Box schon dreimal nicht erreicht wurde, aber das Volumen spricht eigentlich dafür, dass wir nochmal dieses Lower Low kriegen. Also das ist nur meine persönliche Meinung, wie gesagt, für mich eher nochmal so ein kleines Lower Low in diesem Bereich. Dann Sand, seht ihr hier schon, sieht auf dem Chart absolut beschissen aus. So, dann gehen wir wieder in den Logchart und schon haben wir ein viel, viel ordentlicheres Bild und sehen auch hier ein schönes Falling-Redge-Chart-Pattern. Gezogen war ein bisschen anders von unserem High, was wir hier drüben hatten, im August 2021, bis jetzt auch hier schon zwei Tests nach unten gehabt. Eins, zwei, drei, vier, naja, den vierten nicht, aber hier den vierten. Normalerweise sagt man so, bei vierten, fünften Tests sollte es normalerweise ausbrechen. Und auch hier hatten wir so dieses gleiche Problem, relativ hoher RSI hier oben und dann eben dieser Abverkauf hat natürlich auch damals mit der FTX-Sache zu tun gehabt. Aber man muss auch dazu sagen, auch wenn es FTX war, und das sage ich auch oft genug in den anderen Videos, der Chart macht die News und nicht die News den Chart. Und da spiegelt es halt auch wieder wieder, wir hatten überall diesen abverkauft, aber wenn wir uns das charttechnisch angucken, waren wir hier weiterhin in unserem Falling-Redge-Chart, haben es hier nicht geschafft auszubrechen und dann ging es nach unten. Also es ist schon immer ganz lustig, das zu sehen, wenn man ein paar News-Ereignisse hat und es auch nochmal mit dem Chart so vergleicht. Ja, ihr wisst auch, was ich hier hinaus will. Aber auch hier, momentan muss ich sagen, bin ich hier im Minus. Wir hatten hier unsere Nachkaufbox bei ungefähr 0,78 bis ungefähr 0,70. Das heißt, wir sind hier momentan, das ist einer der wenigen Coins, glaube ich, der mal im Minus ist. Zwischenzeitlich 24% im Minus, jetzt sind es nur noch 14% im Minus. Damit muss man leben, wenn man mit solchen Nachkaufzonen arbeitet. Aber wie gesagt, auch hier, das Falling-Redge gibt uns momentan Support. Hier läuft sogar ein kleiner Swing-Trade, den habe ich hier unten, glaube ich, aufgemacht an der Unterkante dieses Falling-Redge-Chart-Patterns. Müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber vom Volumenprofil her würde ich sagen, deutlicher, deutlicher Unterschied im Gegensatz zu Kava, was wir uns gerade angeguckt haben. Wir hatten eine Bullish Divergence, die hat mittlerweile ein bisschen ausgespielt. Wir haben aber hier noch deutlich Luft. Plus, ihr könnt euch noch an die blaue Linie hier erinnern. Warte, so, jetzt ist sie richtig gezogen. Das war diese kleine Ineffizienz, die wir hier drüben gebildet haben. Die kam vom 18. Juli 2021, haben wir, glaube ich, mal im Livestream angesprochen. Und genau diese Ineffizienz haben wir jetzt geschlossen. Und das ist verdammt, verdammt wichtig. Wir haben Ineffizienzen von vor über einem Jahr geschlossen. Das heißt, der Markt ist auf jeden Fall wieder recovered. Es wurden Orders abgeholt. Und vom Volumenprofil her ist es sehr, sehr gut. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, also für mich, wer da vielleicht noch ein bisschen nachkaufen will, können wir das auch hier vielleicht noch als kleine Nachkaufzone nehmen. Aber wie gesagt, die nächstgrößere wäre dann hier unten in dem Bereich bei ungefähr 0,36. Auch wenn ich momentan nicht davon ausgehe, dass wir uns die jemals holen werden. Auch wenn wir hier unten noch so eine kleine Ineffizienz haben. Aber gut, momentan zumindest spricht das Fording Redge erst einmal Bände. Grundsätzlich bullisches Chart-Pattern. Und auch hier haben wir Luft bis ungefähr, ich sage jetzt mal Ende Dezember bis Anfang Januar. Also entweder kriegt man noch eine schöne Jahresendrallye. Hier zumindest bei Krypto. Bei den Indizes haben wir ja schon darüber gesprochen. Könnte sich dem Ende neigen. Aber bei Krypto könnte sich eine schöne Jahresendrallye oder ein bullischer Start ins neue Jahr auf jeden Fall andeuten. Dann DXY. Einer meiner Lieblingscoins nach der ganzen FTX-Pleite, wo man sehr, sehr gut handeln konnte. Wo wir auch immer wieder darüber gesprochen haben. DY DX. Auch hier öfters mal darüber gesprochen. Hier oben die Widerstandsbox wurde abgeholt. Daraufhin wieder ein Rücksetzer ins Golden Pocket gemacht. Also schöner Nachkaufwert. Und auch wichtig, 200 der SMA wurde hier jetzt als Support bestätigt. Also es sieht schon mal gut aus, dass der Downtrend hier erst einmal gebrochen wurde. Wir können noch mal ganz kurz gucken, was vom Lock-Chart hier übrig geblieben ist. Auch hier schönes Breakout. Nochmal ein kurzes Fakeout nach unten und dann dieses Breakout eben nach oben hin. Normaler Chart. Auch mal ganz kurz gucken. Seht ihr, wie das sieht absolut scheiße aus. Also dann lieber den Lock-Chart nehmen. Immer mal wieder ein bisschen vergleichen. Auch da mal ein bisschen Downtrend-Linie ziehen. Aber momentan sieht es hier relativ gut aus. Auch wenn wir sagen müssen, wir haben hier noch eine schöne größere Ineffizienz hier in diesem Bereich. Also diese Daily Candle hier unten. Da ist auf jeden Fall noch mal, gar noch nicht drin, ist noch mal ein WIG in dem Bereich der 1,41 bis ungefähr 1,27 Dollar möglich. Natürlich. Wir haben aber auch hier damals schon, ich weiß nicht, ob ich es im letzten, ich glaube, das habe ich mal im Livestream gesagt oder in einem Video, haben wir hier unten nachgekauft, eben an diese Abtrend-Linie. Das heißt, alle, die jetzt hier drin sind, Glückwunsch auf jeden Fall für alle, die noch nicht drin sind. Möglicherweise dann erst ein bisschen warten hier auf diesen Bereich um 1,42, weil wenn ihr jetzt reingeht, hättet ihr halt nochmal einen Risk von 20%. Ob wir da runterkommen bei einer dezentralen Börse, wo ich persönlich überlegt habe, ob ich ja hier mal ein Video drüber mache, aber die Apps misst, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich mache jetzt den Test nicht. Und dann gab es ein paar Probleme. Wird sich zeigen, wie sich das in ein paar Monaten, ein paar Jahren vielleicht weiterentwickelt, aber ich denke, solche dezentralen Börsen werden zukünftig eine größere Rolle spielen, denke ich mal. Sollte noch irgendeine andere Börse pleite gehen, was wir natürlich nicht hoffen. Aber die YDX macht auch nur einen kleinen Prozentsatz in meinem Portfolio auf jeden Fall aus. Gut, dann Algorand war ja auch wieder so ein bisschen Hype aufgrund FIFA WM und sowas und was weiß ich was. Hier befinden wir uns momentan im Minus. Also wir hatten hier eine grüne Kaufbox bei ungefähr 0,28 bis 0,26. Die wurde eiskalt durchbrochen, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Wir hatten hier eine riesige Akkumulationsphase, wo wir immer wieder gesagt haben, okay, hier unten in diesem Bereich wäre auf jeden Fall kaufenswert. Mittlerweile befinden wir uns, sagen wir mal, gehen wir jetzt mal von der Oberkant, das heißt ein bisschen bearischer, 15% im Minus. Muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Wenn, dann bin ich ja auch so ehrlich und sage euch, dass ich hier auch im Minus bin, momentan 15%. Sehe ich aber auch langfristig, was hier ein bisschen beschissen ist. Wir haben den Downtrends das erste Mal durchbrochen, auch mit einem Daily Retest, zumindest am heutigen Tag hat er stattgefunden. Aber ansonsten vom Volumenprofil her gefällt es mir relativ gut hier unten. Also es heißt wenig Akkumulation und das möchten wir normalerweise, wie gesagt, auch hier auf dem Binance-Chart bei einer möglichen Bodenbildung sehen. Was hier vielleicht noch möglich ist, dass wir möglicherweise, das wäre dann nochmal so ein kleiner Kaufbereich hier unten reinkommen. In dem Bereich, was haben wir hier, 0,2225 bis ungefähr 0,22. Genau, das ist nochmal so eine kleine Hoffnungschance, wo man vielleicht nochmal überlegen könnte, hier nochmal ein bisschen nachzuakkumulieren, wer an das Projekt glaubt. Also ich sehe das schon einigermaßen als stabiles Projekt. Aber wie gesagt, auch hier FIFA WM Abverkauf, genau das gleiche Spiel hatten wir auch bei Chilis und sonstigen Coins. Also hier ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, nächste Nachkaufzone auf jeden Fall weiter unten. Wir sind hier momentan 15% im Minus. Aber die Hoffnung, hier oben haben wir eine Ineffizienz bei ungefähr 0,2869, die sollte noch gefischt werden und eventuell, wer da ein bisschen zu dick drin ist und jetzt schon mit den Losses nicht umgehen kann, eventuell dann hier mal doch vielleicht ein bisschen weniger Einsatz dann reinnehmen. Wäre jetzt ein 20% Move, also hier, wer hier akkumuliert oder so, da oben die Ineffizienz bei ungefähr 0,28, wer dann erster Take Profit, wer hier unten akkumuliert. Ansonsten, wem das ein bisschen zu viel ist von den Losses, nehmt hier einfach ein bisschen dann wieder von eurem Einsatz raus und dann schauen wir einfach mal weiter. Längerfristig auf jeden Fall möglich, dass wir hier in dem Bereich der 0,40 dann wieder hochsteigen. Das ist so unser großer Seitwärtskasten, den es zu brechen gilt. Schaffen wir hier einen Daily Close, das hatten wir eben hier nicht. Hier hatten wir wieder nur diese Wicks, wo ich drüber angesprochen habe. Da liegt viel Liquidität und die wurde halt jetzt hier abgefischt, aber kein Daily Close. Kommen wir hier drüber, ist auf jeden Fall das klare Ziel dann die 0,61. Also Potenzial, auch mit unserem Entry, den wir hier unten haben bei 0,27, haben wir hier auf jeden Fall genug. Da ist auf jeden Fall ein X im Bereich des Möglichen. Trotzdem, wer hier unten rein ist mit mir, ich würde die ersten, ich sage jetzt mal 25, 30% hier in dieser Region um 0,40 nehmen und dann eben nochmal hier oben in dem Bereich der 0, 55 wäre dann der nächste Take Profit. Aufgrund hier dieser kleinen Ineffizienz, die wir hier jetzt noch eingezeichnet haben. Gut, dann, was haben wir denn noch? Elbrond, auch so ein Coin. Muss ich glaube ich einen Lockchart ausmachen. Doch, ne, Lockchart passt. Hier hatten wir schon unser Breakout aus unserem Falling Ratch. Wir hatten hier zwei Nachkaufzonen, einerseits hier in diesem Bereich bei ungefähr 46 bis 49 und der zweite Nachkaufbereich wäre hier bei 0,38. Hier auch ganz klar, wir befinden uns hier, ich sage jetzt mal hier in der Mitte, mit 7% im Minus. Trotzdem Elbrond aufgrund der deflationären Eigenschaften und was da jetzt, also da tut sich einiges bei dem Projekt. Deswegen bin ich hier weiterhin auf der bullischen Seite. Wie gesagt, wir hatten hier einen perfekten, aber wirklich einen perfekten Retest auf unser Falling Ratch. So möchte ich das dann auch teilweise sehen, wobei ich vom Retest nicht viel halte. Und jetzt wisst ihr auch warum, weil wir hatten den Retest, hier ziemlich genau aus vor dem Ratch und dann nochmal ein tieferes Tief und damit dann auch eine Bullish Divergence. Also so, und jetzt wie gesagt bei ungefähr 43 US-Dollar, uns fehlt hier einfach noch dieser Daily Close über 44,56. Damit wir wieder in diese Box kommen und dann haben wir auch ordentlich Luft bis ungefähr 55 US-Dollar. Würde nach jetzigem Standard ungefähr ein Plus von 17%, bedeuten auch hier dann vielleicht mal 10% einfach rausnehmen, weil hier einfach der 200 der SMA doch starker, starker Widerstand ist. Hier dann nochmal mit einem Rücksetzer und dann eventuell wieder ein bisschen nachzukaufen. Eignet sich glaube ich am besten, aber wie gesagt, momentan diese Daily Bullish Divergence gut ausgelöst. Volumen, klar, lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber lieber habe ich einen Coin, wo wenig Volumen bei einer Bodenbildung ist, als einen Coin, wo massiv, so wie Kava vorhin, nachgekauft wird und die Chance einfach viel, viel höher ist, dass wir eben hier nochmal abgeholt werden und dann möglicherweise noch deutlich, deutlich mehr im Minus sind. Dann Chainlink, einer meiner Lieblingscoins weiterhin hier im Bullenmarkt, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich mache mal hier ganz kurz noch die FIPS raus und das Short Setup ist auch raus, das ist ja in der Gruppe gepostet. Akkumuliere ich einfach weiter. Können wir kurz und knapp machen. Ich sage so oft was über Chainlink, dass ich hier einfach diese Zone, also dieser riesige Nachkaufbereich, beziehungsweise diese riesige Akkumulationsphase weiterhin nutze. Deswegen machen wir das kurz und knapp. Für mich weiterhin, da kann ich gar nicht sagen, ob ich ein Plus oder Minus bin, müsste aber ein Plus sein, minimal. Aber hier, das ist riesige Nachkaufzone. Der Rest würde dann bei ungefähr 5 Dollar getriggert werden, einfach weil wir hier drüben noch diese Ineffizienz haben. Vielleicht wird hier noch gefischt, was ich aber ganz ehrlich nicht glaube, weil Chainlink fundamental und charttechnisch sehr, sehr gesund aussieht. Dann, Uniswap, braucht man auch nichts sagen, massiv und Plus, da haben wir ja hier drüben, das ist schon sehr, sehr alt, glaube ich, das Altcoin Update Video, das war von Juni. Also da wurde hier unten auf jeden Fall der Kaufbereich getriggert, seitdem auch nicht mehr. Hier befinden wir uns jetzt, Oberkante, immer ein bisschen pessimistischer, ungefähr, wo haben wir es denn, 68% im Plus, also was wollt ihr mehr? Auch hier vielleicht einfach mal drüber nachdenken, ein bisschen Profite zu nehmen. Wir sind jetzt hier genau am 200er SMA, auf dem Daily Chart, werden ein bisschen rejected. Nehmt vielleicht einfach mal ein bisschen Profite. Gleichzeitig haben wir hier noch das Golden Pocket, diese Abwärtsbewegung. Nehmt Profite, lasst erst mal hocken, kontrolliert ein bisschen so den Chart, was könnte noch passieren. Ansonsten ist grobmaschig jetzt das Ziel für die nächsten Wochen, beziehungsweise Monate, die 8 Dollar Marke Ineffizienz und dann nochmal die 8,80 Dollar Marke Ineffizienz. Also wir haben hier eine Menge Ineffizienzen auf jeden Fall noch vorliegen, auf dem Weg nach oben. Grundsätzlich, wenn wir, sage ich mal, diesen Weg hier weiter fortgehen, haben wir hier oben den größten Widerstand bei ungefähr knapp 10 Dollar. Lohnt sich hier nochmal der Blick auf den Lockchart, beziehungsweise hier eine Linie einzuzeichnen. Schauen wir einfach mal ganz kurz. Die können wir mal einzeichnen. Jetzt gehen wir mal raus aus dem Lockchart. Sieht mir ehrlich gesagt jetzt nicht so wirklich gut aus. Machen wir hier nochmal ganz kurz was rein. Also Downtrend gebrochen, Seitwärtsphase Akkumulation, aber kann man jetzt nicht viel rauslegen, deswegen hier lieber ein bisschen mit Boxen arbeiten. Aber ihr seht schon, sehr, sehr schöne Seitwärtsakkumulation, mögliche Bodenbildung. Klar, ein WIG nochmal in die Region um 3,80 Dollar ist möglich. Sollten wir nicht ausschließen, aber momentan, wie gesagt, 60 Prozent im Plus. Nehmt ein bisschen Profite, wartet vielleicht nochmal ab und dann der nächste Take Profit wäre dann bei 8,11 Dollar, 8,70 Dollar und 10 Dollar. Und dann ungefähr, dass ihr, sag ich mal, euren Entry auf jeden Fall wieder raus habt, nur noch die Profite laufen lasst und dann seid ihr hier, sag ich mal, für den Bullenmarkt gerüstet ohne Risiko. Ihr habt wieder euer Kapital und gut ist. Dann ICP, auch so einer der Coins, der sehr, sehr oft gewünscht wurde. Wir befinden uns hier ganz klein im Downtrend. Also weiterhin Nachkaufzonen hatten wir hier in dieser Box bei ungefähr 4 Dollar oder knapp 5 Dollar und 4,50 Dollar. Wenn wir in der Mitte so noch runtergehen, befinden wir uns momentan mit 10 Prozent im Minus, waren aber zwischenzeitlich sogar hier bei 25 Prozent im Minus. Habe ich aber persönlich auch nochmal nachakkumuliert, hat den Aspekt, das muss man ein bisschen besser ziehen, dass wir auch hier so ein kleines mögliches Falling-Wedge-Chart-Pattern haben auf dem Locked Chart. Das ist der Grund, warum ich hier nochmal ein bisschen akkumuliert habe, aber trotzdem, das Risiko ist hier sehr, sehr hoch und deswegen werde ich mich hier ein bisschen zurückhalten mit weiteren Nachkaufzonen, weil wir hier unten nichts mehr haben. Also hier gibt es keinen charttechnischen relevanten Bereiche mehr. Vom Volumen her würde ich jetzt sagen, okay, möglicher Boden ist drin. Wir haben das Volumen hier drüben gefischt und dann schauen wir jetzt einfach mal. Wir kriegen in den Abtrend langsam ein bisschen mehr Volumen. Das ist ein gutes Zeichen. Ineffizienzen haben wir auf dem Daily-Chart hier oben bei ungefähr 5 Dollar. Das heißt wieder so, bei vielen vielleicht Entry, bei vielen dann minimal im Plus, aber langfristige Aussichten muss einfach dieser Downtrend vom, ich sage jetzt mal vom Hoch hier, gebrochen werden bei momentan zumindest 4,65 Dollar. Den Bereich müssen wir brechen. Dann sieht das Ganze besser aus und wir könnten hier einen Pump, ich sage jetzt mal, bis ungefähr 5,84 Dollar oder 6 Dollar erwarten und dann sind wir auch hier erst einmal ganz gut gewappnet. Ja, Litecoin, mehrmals unseren Kaufbereich getroffen. Auch hier, boah, das Video dauert jetzt schon 30 Minuten, krass. Aber gut, ich ziehe jetzt einfach durch. Auch hier, Kaufbox getroffen, war auch sehr gut, habe ich auch immer gesagt. Litecoin ist für mich einer der Coins, die ich 2022 und 2023 im Blick habe. Aufgrund des Litecoin-BTC-Charts. Guckt euch das gerne mal an. Auch hier ein riesiges Falling-Wedge-Chart-Pattern, wo wir ausgebrochen sind und seitdem sind wir auch hier 61% im Plus. Wir befinden uns jetzt hier in dieser größeren Widerstandsbox, haben aber noch Luft bis ungefähr knapp 100 US-Dollar. Das heißt, wir hätten hier 1x und für mich ist dieses Golden Pocket daher interessant, dass ich bei ungefähr jetzt 1x dann, also wir sind hier unten bei 47 eingestiegen beziehungsweise teilweise tiefer. Das heißt, Golden Pocket liegt bei 96. Ich werde hier, ich sage jetzt mal, die 90% Profite, die wir oben hier bei 90 US-Dollar haben, abfischen, weil wir hier oben noch diese Ineffizienz haben. Das heißt, wir machen mal kurz diese Box weg hier. Wir zeichnen mal ganz kurz die Ineffizienz. Also hier bei 91 US-Dollar werde ich auf jeden Fall komplett meinen Einsatz rausziehen, nur noch die Gewinne laufen lassen und sollten wir hier einen Rücksetzer kriegen, dann kann man nochmal nach neuen Nachkaufzonen nachschauen. Dann FTM, auch hier sind wir ins Golden Pocket gekommen und ihr seht hier schon 200er SMA wurde getroffen auf dem Daily-Time-Frame. Also erst einmal Widerstand. Wir sind aber auch hier im Plus, momentan zumindest. Wir hatten zwei Nachkaufzonen, die getroffen wurden. Also Entry müsste mittlerweile hier in diesem Bereich dann 0,20 US-Dollar sein. Wir sind jetzt, warte, jetzt muss ich selber mal gucken. Kopfrechnen ist nicht mehr so meine Stärke, merke ich schon. 20% müssen es mittlerweile im Plus sein. Hier habe ich aber momentan noch nichts gemacht. Also hier warte ich weiterhin, dass wir hier über ein 200er SMA kommen und dann hier oben diese Box bei ungefähr 0,28 mit einem Daily-Close nach oben hindurchbrechen. Profite wäre dann ungefähr 100% bei 40 US-Dollar Cent. Das wäre auch unsere Widerstandsbox. Brechen wir diese mit einem Daily-Close, kann es relativ flott gehen in dem Bereich hier oben bei ungefähr 0,65. Würde aber auch hier, dadurch, dass wir so einen tiefen Entry haben, die ersten Profite beziehungsweise bei 0,39 US-Dollar Cent nehmen. In Form von, ich sage jetzt mal, 50, 75%. Und den Rest lässt er laufen. Und dann bei 0,65, dass ihr hier oben ungefähr nur noch mit Gewinn laufen lasst. Und ja, dann sollte das eigentlich relativ gut passen. Wie gesagt, zwei Nachkaufzonen wurden getroffen. Aber eine weitere haben wir dann auch nicht mehr. Also das sind die Nachkaufzonen. Einerseits 0,22 und andererseits 0,17. Also das sind so die zwei großen Kaufbereiche, die für uns auf jeden Fall interessant werden. Dann Avalanche hat ja jetzt mit, Alibaba, also chinesisches Amazon. Chinesisches? Ich glaube, ja. Amazon auch nochmal ein bisschen hier Partnerschaft. Seitdem wieder hier in dieser grünen großen Kaufbox. Falling Red Start Pattern. Wir hatten hier zwei Nachkaufzonen. Ne, die hatten wir nicht. Hatten wir die? Weiß ich gar nicht mehr. Einerseits bei 17,33 bis ungefähr 16,30. Zweite Nachkaufbox wurde jetzt auch erreicht bei 14 bis ungefähr 12,50. Die dritte wäre dann erst hier unten bei 9,23 bis 7,48. Bezweifelig aber momentan, ganz ehrlich, ob wir uns die wirklich hier holen. Also kann ich mir zumindest momentan nicht vorstellen. Dafür ist dieses Falling Redge sehr, sehr gut ausgeprägt. Mit zwei Punkten oben, drei, vier Punkten unten. Jetzt wird es aber auch hier Zeit, sage ich mal, diesen Bereich zu brechen. Ein 200er SMA könnte dann so langsam, aber sicher in diesem Bereich hier entlangziehen bei unserem Falling Redge. Da gilt es dann zu gucken, okay, wie hoch ist der RSI? Haben wir hier noch ein bisschen Luft? Oder könnte dann nochmal an erneuter Rücksätze nach unten hinkommen? Spannenderweise kann sich dieses Falling Redge Chart-Patter noch bis März 2023 ziehen. Also hier längerfristige Akkumulationsphase auf jeden Fall noch möglich. Würde ich jetzt nicht hoffen, dass wir hier nächste Woche sofort ausbrechen. Gut, dann kommen wir mal noch zu ein paar kleineren Coins. Und zwar A0 hat sich auch seit unserem letzten Video wenig getan. Wir befinden uns hier weiterhin in diesem, sage ich mal, Downtrend, der jetzt momentan versucht wird zu brechen. In unserem Golden Pocket zumindest momentan. Also auch hier für mich sind alles, was unter 1 Dollar ist, eine schöne Nachkaufzone bei A0, nur mal so am kleinen Rand. CTK, auch so ein kleiner Coin, ist ein Low Cap, muss man aufpassen. Hat sich wenig geändert seit unserem Update. NCT, auch hier wenig Änderung seit unserem Update. Breed, ein richtiger Low Cap. Ich glaube mit, boah, lass mich lügen, 2 Millionen Market Cap. Das sind halt einfach so Zockerdinger. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt hoffen, dass wir hier noch ganz, ganz tief runtergehen. Ich weiß nicht. Da gehört aber auch nur sehr, sehr wenig Geld reingesteckt. Lossless ist dann schon so eher ein Projekt, wo ich jetzt sagen würde, okay, hier müssten wir auch 0 auf 0 raus sein. Da haben wir, glaube ich, damals hier unten investiert bei 0,11. Da hat uns Olli den Tipp gegeben, im Livestream und seitdem sind wir hier drin. Also auch hier minimal nur ein Plus. Das sind jetzt einfach nur so ganz, ganz kurze Updates, die ich jetzt mal geben wollte. Interessanter dann vielleicht noch Quant. Dann, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir haben die 200er SMA-Linie hier als Support bestätigt. Wir haben das Golden Pocket als Support bestätigt. Also sehr, sehr gut. Und wer den Artikel gelesen hat auf CryptoGuru oder auch in der Gruppe immer aktiv ist, haben wir ja drüber gesprochen, okay, hier dieses SNN Triangle. Schönes Breakout gehabt bis ungefähr 134. Jetzt der Retis und momentan halten wir uns da drüber. Ziel, erst einmal 136 und dann oben die 148. Wir haben aber auch darüber gesprochen. Ich weiß nicht, wer das Video bei XRP Deutschland gesehen hat. Ich glaube, die 95 US-Dollar waren hier das Ziel und die haben wir einfach absolut getroffen hier, beziehungsweise das Golden Pocket. Das waren so die Nachkaufzonen. Die habe ich im letzten Altcoin-Update noch nicht gehabt. Aber auch hier würde ich jetzt erst mal abwarten. Ich würde jetzt hier nicht FOMO hinterher rennen, dann lieber nochmal auf den Rücksetzer hier oben warten bei ungefähr 150 US-Dollar. Kusama, auch noch sehr, sehr interessant. Hier müssen wir den Lockchart ausmachen, denn hier hatten wir jetzt endlich unser Breakout aus unserem Falling Wedge. Das habe ich ja auch schon des Längeren angekündigt. Wir hatten hier eine Nachkaufzone bei 37 bis 34. Die zweite war dann bei 26 bis 25. Das heißt, normalerweise müsste sich der Entry von hier oben dann hier runter verschoben haben. Ich sage jetzt mal auf ungefähr 31, 32 US-Dollar. Minimal noch im Minus, würde ich sagen. Aber auch hier könnte es sich eine riesige Kaufchance einfach geben. Wir haben dieses Low hier drüben einfach nochmal rausgenommen. Vom Volumen her sehr, sehr schöne Bodenbildung, sehr, sehr wenig Volumen. Dann erst beim Breakout viel Volumen. Also gefällt mir hier sehr, sehr gut. Wir haben die Ineffizienz hier oben rausgenommen. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie es hier weitergeht. Aber das Falling Wedge hat ein technisches Preisziel von ungefähr 69 US-Dollar, also auch hier 1 bis 1,5x möglich. Ziel aber ganz klar, die nächsten Wochen den 200er SMA zu erreichen. Dann wären wir bei ungefähr, ich sage jetzt mal 1x. Wir haben nämlich hier oben noch so eine kleine Ineffizienz beziehungsweise so einen kleinen Bereich bei 55. Und dann genau da, wo unser 200er SMA ist, hier in diesem Bereich. Das sind die 2 Wigs, die wir im Auge behalten müssen. Wären auch die ersten großen Preisziele, wo ich dann die ersten Profite nehmen würde. Momentan mache ich da einfach noch nichts. Schönes Breakout. Trade läuft. Trade-mäßig hier auch in einem Long-Trade drin. Aber Spot-mäßig. Schön hier bei den Nachkaufzonen getroffen. Dass man nicht, sobald man eine Kaufzone trifft, gleich im Plus ist, ist klar. Aber ich soll euch einfach nur mal zeigen, auch bei mir, auch wenn ich öfters mal positive Sachen zeige, befinde ich mir auch mit manchen Spot-Trades weiterhin im Minus. Du wirst, aber das gilt für überall, du wirst niemals den perfekten Boden treffen einfach. Und dafür sind einfach diese Nachkaufzonen, dafür ist dieses Altcoin-Update-Video für euch da, damit ihr einfach seht, okay, das sind potenzielle Möglichkeiten und damit minimiere ich mein Risiko, um einen absoluten Loss zu kriegen. Und darum geht es mir einfach hier und nicht darum, hey, edgy-bedgy, wir haben uns hier den perfekten Boden erreicht. Es geht hier wirklich um sinnvolle Nachkaufmöglichkeiten und nicht zu sagen, hey, wir gehen morgen Richtung Moon, ist mir scheißegal, wo du einsteigst, morgen sind wir Moon und so. Darum geht es einfach nicht. Nur mal so kleines Beispiel von meiner Seite aus. Dann, Gala, auch hier so ein kleiner Coin, wo ich mittlerweile reingegangen bin, aufgrund dieses Falling-Redge-Chart-Patterns, hier macht es auch wenig Sinn. Also sehr, sehr wenig Sinn, Nachkaufzonen zu setzen. Ihr seht hier diesen impulsiven Move-by-Listing. Wir sind hier schon relativ weit, weit unten. Deswegen, das ist absolutes Risk. Also wer sich mit Gala beschäftigt oder hier Fan ist, wir befinden uns am Ende unserer Falling-Redge-Chart-Patterns, ist vielleicht ein sehr, sehr guter Entry möglicher Zeitpunkt, auch aufgrund des Volumens, was hier langsam rausgeht, dass wir hier so möglicherweise, wir könnten mal hier ganz kurz, auf einen 12-Stunden-Chart gucken. Aber gefällt mir jetzt auch nicht so, weil sonst hätte ich gesagt, okay, wir haben hier die Möglichkeit, eines Adam und dann so ein kleines Eve, das ist jetzt nicht mustergültig, aber dass wir hier so ein kleines Adam und Eve-Chart-Pattern bilden und dann in Richtung 200 der SMA hier oben aufsteigen. Also mal im Auge behalten, aber wie gesagt, Falling-Redge spielt momentan zumindest noch vollkommen aus. Wir haben aber auch hier noch ein bisschen, ein bisschen Downside-Potenzial von, warte, das wollte ich nicht, so, von ungefähr 20%. Das muss klar sein, also Gala jetzt auch nicht so mein Lieblings-Coin, wurde sich aber gewünscht, deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe es jetzt einfach mal ganz kurz hier mit rein. Und, dann machen wir jetzt noch ganz kurz Cadena, auch das wurde sich sehr oft gewünscht und hier muss man aber sagen, den Entry haben wir perfekt getroffen. Also da haben wir schon drüber gesprochen, dass wir hier diesen krassen Aufkauf hatten und dann haben wir mal, muss ich aber sagen, das war nicht in einem Altcoin-Update-Video, das haben wir glaube ich mal so in einem Video besprochen. Dann haben wir gesagt, okay, die grüne Box war ungefähr 0,80, also so minimal wie drüber und die wurde hier perfekt getroffen. Also das ist ein Musterbeispiel und das revidiert jetzt gerade das, was ich gesagt habe. Man kann nicht den perfekten Boden treffen, da war es halt wirklich mal Glück, dass man den Boden hier getroffen hat mit 35% mittlerweile. Aber auch hier fahre ich die Strategie, hier oben diese blaue Linie seht ihr, das war unser letztes Tief hier unten, also das heißt, es könnte Widerstand werden, das heißt bei ungefähr 1,20, machen wir mal ein bisschen näher, bei ungefähr 1,18 werde ich hier die Profite abschöpfen, weil wir dann ungefähr 50% im Plus sind. Also hier fahre ich dann eher den Sicherheitsweg, bevor ich hier auf 1,X oder Sonstiges warte. Aber ganz kurz der Blick nochmal in den Log-Chart, damit ihr auch seht, wie das hier abläuft. Downtrend wurde einmal durchbrochen, dann kam das FTX-Event, nochmal runter, dann eben diese Kaufzone und dann dieses Breakout und jetzt geht es halt darum, hier oben diese Ineffizienz beziehungsweise hier diesen ehemaligen Support dann nicht als Widerstand anzuerkennen. Gut, damit habe ich jetzt knapp 40 Minuten, glaube ich, gequatscht und ich glaube, wir müssten jetzt alles gemacht haben. Ich gucke nochmal ganz kurz durch, falls ich nicht doch irgendwas vergessen hätte. Doge brauchen wir jetzt nicht unbedingt machen. Viel, viel News-Event. Solana nehme ich momentan noch die Finger davon, auch wenn sich da ein bisschen was tut. Gut, also es wird dran gewerkelt, muss man auch dazu sagen, im Hintergrund oder die Programmierer sind da dran. IOTA habe ich gesagt, warte ich noch ein bisschen. Engine, ja, Engine vielleicht nochmal ganz kurzer Blick. Tut sich jetzt aber auch nicht so viel. Also wäre Engine, müssen wir mal gucken, hier unten dieser Bereich, da haben wir nämlich noch so eine Ineffizienz. Die wurde, wurde die gefüllt? Ne, doch die eine. Ne, so ist richtig. Das wäre nochmal so ein Bereich bei 0,25 bis 0,24. Aber da ist halt das Risiko sehr, sehr hoch. Ihr seht hier diese Candle. Bin ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht investiert. Das ist eher dann was zum Traden. Ansonsten, volumentechnisch, würde es eine Bodenbildung hergeben und dann zumindest mal hier in diesem Bereich der 0,41. Aber ansonsten, Nier vielleicht nochmal ganz kurz, Lockchart aus, ne, Lockchart an. Da haben wir zum Beispiel beim Bearish-Beispiel Falling Ratch nach unten hindurchbrochen, auch als Widerstand anerkannt. Boden könnte jetzt trotzdem so langsam mal erreicht sein, hat den Aspekt. Ihr seht hier unten diesen Wig, der wurde abgeholt. Aber das ist halt auch so eine relativ große Kaufzone hier. Also wen mir interessiert, wäre dann hier unten bei 1,56 bis ungefähr 1,30. Aber das ist halt riesig. Aber gut. Und sonst, müsste man eigentlich gar nichts mehr haben. Ach doch, Cake könnten wir nochmal ganz kurz angucken, auch so ein Ding. Was vielleicht ganz interessant ist, wir hatten hier das Golden Pocket, das müsste schon älter sein. Also Juni bis hier hoch, Golden Pocket wurde getroffen. Das war auch unsere Nachkaufzone, genau daran kann ich mich noch erinnern, weil wir das erst später hatten. Also Cake, Nachkaufzone getroffen im Golden Pocket mit einer Bullish Divergence, sehr, sehr gut. Da müssen wir jetzt halt jetzt mal abwarten. Erstes Ziel wäre ungefähr die 4,30 und dann nach oben hin ungefähr die 5 Dollar, weil wir hier einfach in einer riesigen Seitwärtsphase sind. Also das läuft noch ganz gut und ansonsten müsste es gewesen sein. Ja, gut. Ne, dann 40 Minuten geballte Altcoin-Power. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde auf jeden Fall unten in den Timesteps alles nochmal dazuschreiben und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es wurden alle Altcoins genannt, die euch interessieren. Ich habe alle die genommen beziehungsweise die, wo ich konnte aus den Analysen beziehungsweise aus den Kommentaren von euch und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, nachdem das Video am Montag online kommt. Viel, viel Spaß bei 40 Minuten geballter Altcoin-Power und das nächste kommt dann wahrscheinlich erst im Januar, weil macht jetzt wenig Sinn. Also ich habe gesagt, einmal im Monat, einfach mal um einen kurzen Zwischenstand zu gucken und ja, genau. Ne, dann war es das von meiner Seite. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Kommentar da lassen, in die Telegram-Gruppe kommen und das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.